Vorne ist es, genau, heil rüber, heil rüber, genau, halt hier an. Ey Bruder, jetzt guckt euch das an, das sind die härmsten Dancer, Bruder. Ja, ist gut, fahr weiter mit. Los, hier vorne, fahr noch ein kleines Stück. Park irgendwo hier. Ja, dreh die Runde, Mann. Mann, der Schlitten geht aber. Häh? Huuuuh, scheiße, was ist das, Mann? Los, springt hier raus, Jungs. Und der erste, da mein Gott, kommst du denn nicht. Oh, Benni auch, und ab geht's. Jo, ihr seht gut aus. Und eins, mit der Crew. Und zwei. Und drei. Ja, da geht noch einer. Vier, und ab geht's. Abhauen, Jungs, abhauen, ihr seid nicht auf dem Tag. Jetzt sperr mal die Lauschlappen auf. Ja? Wenn ich jetzt mal was sagen darf, hier so als Regisseur, ne? Also, wir brauchen da ein paar hübsche Miezen im Background, die auch richtig tanzen können. Wenn ich mir jetzt euer Getanzer da ansehe, dann wird's mir schlecht. Deswegen, besorgt ein paar Leute, die hier ein bisschen zu deinem Video ein bisschen tanzen können. Die Leute sollen sich melden. Ja? Meldet euch zum Tanzen von Jamailov. Das neue Video. Ciao.